ja ich weiß ob du den sand abbaust wir haben ja nichts für wenn jetzt weiß wo ich mein sand abbaue ich war ja nun nicht im auftrag des kaputt machen was alles von jonas gebaut wird kann er gerne machen er weiß ja nicht wo das nämlich ganz robo richtung habe ich glaube ich sonst geht es so gut ja habe gute laune oder war wir das nicht ein paar bäume weiterhin damit wir im dschungel im dichten dichten wichtig dicken die dichten richtig genau komm schon bitte johnny ein riesen ding oh ja das ist doch gerade aber krass am lecken da hast du deine scheiß dings wieder angemacht dein leuchtturm man das ist so geil warum leckt das denn dummes kackspiel da jetzt ist es auch aus ist es liegt halt am server der server kann er nicht ab so jetzt ruggelt nicht mehr ne ne warte nicht ein bisschen jetzt ruggelt wieder ne ja jetzt gerade ja und zu Jetzt ist doch nur eine Seite an, oder? Jetzt braucht es nämlich nur zwei, ja. Ja, so ein bisschen nur. Okay, von mir. Wenn ich nur eine Seite anmache, so wie jetzt, dann geht's. Dann mach doch die Vorderseite an, wo wir gerade drauf gucken. Ist ja öde. Dann lass es ganz sein. Müllkopf. Ja, und das ist die aus dem Spiel. Und das ist die aus dem Keller. Und das wollen wir beide mal hin. Ja, ich hab jetzt keine Setzlinge mehr. Wir wollen jetzt einen dichten, dicken Dichtdich. Oh, ja, das ist dicht hier, ey. Oh, shit. Ist nichts mehr mit Querfeld einlaufen muss. Tatsächlich jetzt immer den Weg benutzen. Dicht von mir. So. Oh, ich muss gucken, wie es von oben aussieht. Ja, muss hoch, ja. Ich war ganz oft hier. Ach so. Ich musste, ey, Jonas. Ich musste in meinen Ohren hinterher rennen, wenn hier was explodiert ist. Das war ganz funny, ey. Ja. Ja, mehr als Hilfe steht ja noch. Warst du versichert, Keller? Dann bezahlst du deine Versicherung. Nee, leider nicht. War ja alles, äh, sinnbar. Ich hab Fragen. Oh, Mann, ey. Ich hab grad so den Ölfenboden gerade weggebombt von dem Creeper, ey. Äh, äh, äh. Ah, Jonas, seine Kirche muss... Was ist denn jetzt dein, dein Auftrag, Keller? Weiß ich noch nicht. Ich glaub, Schlenderman ist mein Auftrag. Was krieg ich für Enderperlen? Also wenn, wenn ich dir welche gebe? Was willst du denn dafür haben? Aber ich brauch nur eine. Kann dir auch gern den Zweck der Enderperle verraten. Ja, der verrat immer den Zweck. Oh, jetzt war der Endertruhe. Ach so, wenn du denkst, du bist keine. Wie viel hab ich denn? Ah, die sind wahrscheinlich mit meiner anderen Truhe. Sieht doch schön aus, Keller. Kann dir 31 Amaralda anbieten, wenn du willst. Warte. Was? Nee, brauche ich nicht. Oh, aber... Fungi, jetzt Fungi, Fungi. The sun goes down. Ja, das hab ich nicht. Leider nicht vor Ort. Habt ihr euch schon mal heimlich abgeholt zuletzt. Also brauchst du nicht mehr hier. Ich will nur sagen, dass ich dafür von dir in der ersten Schaffärger bekommen habe, ne? Nee, ich komm wieder. Ja, mach was anderes ist mir egal. Besser ohne dich. Ich findest da drüben halt sicherer für meine Sachen. Mach doch was, mach doch, warte, meins ist mir egal. Ja. Ich sag dir, wo Jonas ist. Und dann? Warte mal, stimmt. Du willst ja was von mir. Das kannst du ja auch gerne tun. Ja, aber... Ja, ich dachte, es geht darum, dass du mir Dias gibst. Aber da hab ich kurz mein Kopf ausgeschaltet. Ja. Geht darum, ja, wenn ich, ne, hier, weiße. Wow, und jetzt hast du einfach wieder die Fans-Türen da abgebaut. Ja, weil... Ja, weil... Game & Pen? Ja, meinetwegen. Jonas, kommst du at home, oder hast du jetzt mit einem Bett mitgenommen? Da drüben. Nö. Da hast du ja nur 100 Blöcke. Rassi noch nicht. Oh, ich bin nicht im Auftrag des Spektators unterwegs. Kriegsreporter... Ich nur dann, wenn ich geordert werde, alles andere sach ich. Willst du wissen? Ja. Ich hab dich da jetzt ja nicht aufgespürt, indem du gesagt hast, ey, Kriegsreporter, komm mal her. Wenn das so wäre, dann würde ich nichts sagen. Aber jetzt hab ich das ja selbst herausgefunden. Okay. Ich muss sagen, die Brücke sieht nice aus mir jetzt. Die Brücke? Ja. Über das Wasser, aber beim Adverdukt. Alles nice. Hallo, hast du gerade den Plum abgerissen? Nein. Mikrofon muted. Der Sand und die ganzen Blumen, die wir hier sind, sind alle günstig hingestellt, also lass es bitte stehen. Jo, jetzt weiß ich jetzt, dann mach ich das auch nicht weg. Mikrofon activated. Auch das ganze Gras, ne? Ja. Ich lieg. Ich lieg schon zu Hause? Jo, da kamen wir gerade entgegen. Ich lieg auch. Ich begebe mich nach Hause. Ich platziere noch ein paar Plümchen. Bim, 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 bim. Schaff ich den Schwung, wenn ich da kriege doch keinen? Bim, 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 bim. Naja, sind wir schon weit. Oh, boin, 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 boin. Und Jürgen, was hast du da vorzubauen? Hab ich doch schon gesehen. Oder sagst du das nicht? Du musst mal hingehen. Ich hab's gesehen, was er da vorhat. Echt? Ja, bei mir war da noch nix. Alter. Was los? Noch ein bisschen hochgedacht. Hab ich gar nicht gehört. Hab ich auch nicht. Du musst ja mal ausleuchten, Kelle. Ich fahr jetzt mal im Bunker. Ich lauf grad über, Jürgen. Hey, wo sollen wir denn hier sehen können, was Jürgen baut? Oh, doch. Ich glaub, da hätten kann man auch sehen. Oh, shit. Das gehört ja auch zum Teil hier mir, ne? Weil das hier ist, hab ich gebaut. Ja, kannst die Steine abbauen, wenn du willst. Sieht schon geil aus. Sowas wollte ich eigentlich auch schon immer mal bauen. Wasser Marsch. Hi. Okay, Kelle, was machst du denn gerade? Fixe deine Bude? Ja, ich zieh mich zurück im Bunker. Im Naturschutzbunker. Da, wo du vorhin die ganze Zeit warst. No. Weil vorhin hat die MF-Con war ich die ganze Zeit im Neto. Boah, ich war vorhin ja auch schon einmal besuchen, habt ihr aber gar nicht mitbekommen. Äh, ja, wir gehen halt nicht Patrouille, ne? No. Das war der Moment, wo ihr gesagt habt, ja, Kelle bestimmt abgefackelt, da irgendwas in der Stadt, auf rein. Potrati, habt ihr irgendwie Lave gehabt oder so? Warst du ja auch, hast du ja auch abgefackelt, weil das kann, darf man nicht kommen. Das kannst du du gewesen sein. Äh, ist okay, ich war's nicht. Ich war zwar anwesend, direkt unter euch in der U-Bahn, aber ich war's nicht. Niemand war hier irgendwas. Ich glaube, wenn ihr so viel Krass ist, ist das ganz schön, äh, Dings fressend, Leistung fressend. Äh, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Warte, ich soll nicht, was du vorharscht. Was ich auch nicht. Was ich auch nicht. Hau ab. Hau ab. Pflanzt hier keine Blumen. Was schießt du mich denn an? Was ich auch nicht. Okay. Gah! 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 Jesus, is a nice. Oh no! What's next to you? I'm gonna be back in the service. What is this? wir müssen ausmachen bei mir gibt es essen und heute ist fußball deswegen jetzt noch eben das hier fertig bauen so leuchtturm noch was hast du denn vergessen so beim gucken wie sieht das from the outside aus war ja quasi gar nichts cool ja gut weil jetzt natürlich auch taches ne kann jetzt mal dark werden soll nacht werden ja also machen wir die nacht noch mal eben oder nein ich will nur eben kurz nicht wie das ding hier anspringt jetzt kann ja auch aber jetzt leuchtet ja na ja ist ok könnte schöner sein oder hier in der city komme ich nur auf 40 frames ja ich glaube die ganze redstone leitung und so die wir hier liegen haben brauchen ein bisschen ressourcen deine redstone leitung ja gut dann machen wir die folge jetzt äh ne ende hier und so ne bis zum nächsten mal dann ja ja